Es sind schreckliche Aufnahmen direkt aus Dubai. Die Stadt versinkt und die Influencerin drehen durch. Viele Stars aus Deutschland haben irgendwann ihre Koffer gepackt und sind ausgewandert. Sonne, Meer und ein tolles Leben wollten sie haben, ohne ständig arbeiten zu müssen und Unmengen von Steuern zu bezahlen. Damit sollte Schluss sein. Das hat auch die letzten 20 Jahre gut gehalten. Doch immer mehr Naturkatastrophen machen den Menschen in der Stadt Angst. Nun hat es so heftig geregnet, dass die Stadt im Chaos versinkt. Lamborghinis schwimmen durch die Gegend, Luxusläden werden überschwemmt und die Pools der Reichen sind verdreckt. Auch die Harrisons sind da keine Ausnahme. Teile der Villa werden zerstört. Unmengen von Wasser verschafft sich einen Weg rein ins Haus und in die Garage. Sie müssen anpacken und verhindern, dass noch mehr Chaos passiert. Die nächsten Tage wird es immer wieder mal regnen. Doch das Schlimmste haben sie nun hinter sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017